So, jetzt geht's los. Ich habe hier eine Mahlplatte. Dann diese Gummirolle. Und eine Palette. Ich trage jetzt die gewünschte Farbe. Ich beginne mit dem Pantscray. Trage ich jetzt auf die Palette auf. Hier. Und dann beginne ich die Farbe mit der Rolle aufzunehmen. Dazu eignen sich die gruden Farben sehr gut, weil sie keine Füllstoffe enthalten. Das ist mir toll. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020